Ok, auf geht's. Also, Recruit mit C4. Das ist mega low. Oder Recruit mit Schild. Aber das machen wir ja wahrscheinlich schon. Aber wir müssen angreifen. Ich kann kein Recruit mit Schild spielen, Alter. Dann geht's mir nicht mehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sag mal einer Stopp. Wir machen alle mit Stopp. Jetzt sagst du Stopp nochmal. Stopp. Bei mir muss auch einer sagen. Stopp. Und Stopp. Stopp Daniel, Stopp. Nice. Stopp. Lull. Was, wo ist denn der Recruit? Links oben. Er hat nicht rumgewedelt, ne? Rumgewedelt hat er. Nein. Penisblitz nur für mich, alles klar. Danke. Sorry. Keine Ahnung, was lässt. Bei Recruit haben wir ja so viel weh. Was soll das jetzt heißen? Ich bin guter Schütze, du Arsch. Ich kann nicht gleich sagen, wo die Elektronik sind. Versprochen. Können wir gleich ein guter Elektronikchen. Auf wen warten wir ja die ganze Zeit immer. Mario 2.0 würde ich sagen. Ja, du haben ja eigentlich von unserem glorreichen Spiel erzählt, was eine Stunde ging. Was? Weil im Laden wir ja ungefähr 10 Minuten im Ladescreen waren, weil Mario nicht richtig laden konnte. Ja, Mario 2.0. Es ist immer nervig, wenn du wegen einem halt eine Viertelstunde oder so wachst. Ja, und es ist noch nerviger, wenn es Kevin ist. Ohne Scheiße. Das Beste war einfach, wir haben dann halt immer die ganze Zeit geflamed im Chat. Und dann war noch Overtime. Und dann war Overtime, ich dachte ich raste aus. Ja, oben sind die Uren. Vorhin Kevin hat immer geschrieben, dass so, time goes by, so slowly, time goes by. Wollen wir eine Terrorist-Hand machen? Es geht immer nur einer rein, und wenn er tot ist, darf erst der Nächste. Oh, das ist eine gute Idee, Alter. Das finde ich gut. Ja, das ist eine gute Idee. Wer geht als erstes? Bitte nicht glatz, bitte nicht glatz, bitte nicht glatz. Dann können vier andere sozusagen die ganze Zeit mit der Drohne rumspielen. Mit der Drohne hinterher fahren. Ihm hinterher, alle. Und immer schön spotten. Boah, markieren. Warum hat mich immer wieder umgebracht, Alter? Ich bin doch mega offen. Oh, jetzt wirklich nur. Oh, läuft. Mario läuft als erstes. Was? Nevermind. Wieso ich? Okay. Ja, hinterher, Leute. Oh, warte. Oh, Electronics. Ich nehme meine Drohne, die schon drin ist. Oh, Electronics. Warte mal. Ja, sehr gute Idee. Komm, wir markieren erst mal ein bisschen. Das ist ein bisschen Dauer, bis ich nicht durchkomme. Warte, ich mach dir das Ding jetzt noch auf. Moment. Ja, danke. Dein Ding. Viel Spaß. Ich markiere erst mal wie so ein Wilder hier. Hier. Krank mir später. Oh, ich bin tot. Mal früh. Mal früh. Mal früh. Mal früh. Mal früh an die Zeit. Wir wollen auch noch. Ja, echt mal. Mach mal ein bisschen Druck da, Alter. Was ist das für ein Safeplay da, Kevin, Alter? Ja. Kein Terrorist Hunt hier. Ah, Mario schnell, da kommt einer. Mario, mach doch mal was jetzt. Mach ihn noch fettig jetzt. Übrigens, der nächste ist Glatz, also Dave. Ja, ich helfe dir hier. Ein Foto hab ich gemacht. Komm jetzt mach die. Mach die Fette. Ja, durch die Wand, durch die Wand. Nicht, ich bin da da. Oh, oh, Digga. Nein. Oh, Dave. Dave, 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 Dave. Oh, 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 komm, 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 komm. этой Tassen muss ich drücken. Dave, go. Ich war an der Drohne und... Boah, Alter, das Kinderbett ist ja nicht oben. Die wollten die aufheben, aber die schlagen die Wand kaputt mit der Faust. Und dann... Da nimmst die Fähne neben ihr. Nimm das nicht wieder mit. Das ist teuer. Komm, wir brauchen wir den Thron. Ärger die. Dave. Weiter schnell. Die liegt da. Die liegt da da. Die hat sich rein! Komm, geh hoch! Geh hoch schnell Dave! Go 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 go! Wo denn, wo denn? Da wo die überall die roten Markierer sind Dave! Nein Dave! Der nächste! Esch, 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 esch! Oh die liegt immer noch! Jetzt steht sie! Bei 30 Sekunden alle ja? Ja? Okay, bei 30 Sekunden alle! 30 Sekunden! Kann der Herr jetzt mal ein bisschen Druck machen da? Knüppel! Ich würde ja markieren, ich seh die, aber die sind alle oben! Markieren wir hier, da! Ich kann nicht, das funktioniert nicht! Ah, du bist ja tot, ne? Im Master Battle sind ganz viele! Wie geht das? Was denn? Soll es einfach hoch gehen jetzt? Ey Knüppel! Wir wollen auch nochmal, mach jetzt mal! Knüppel! Du musst nachladen! Knüppel! Knüppel! Go! Ich kenn doch die... Bikes Gott! Just do it man! Ohne Scheiß, Alter! Okay, du hast... 25 Sekunden? Ja! Oh! Hacks! Hacks! I call Hacks! Macht euch... Leute macht euch schon mal ready! In 15 geht's los für alle! Okay, ich mach mich schon mal ran! Ich lebe immer noch! Ich lebe immer noch! Ja! Du hast doch einfach mal so ne Wand auf davon, hm? Äh... Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Jetzt der Beste! Gott, Knüppel! Du bist echt ein langweiler! Wow! Kein Showman! Ey wir hatten hier wieder zugemacht! Was soll die Scheiße! V-Bands Knüppel! Ich zuschau! Wir müssen nur drinnen stehen im Raum! Ja! Schrank einer! Geh mal rein! Guck! In der Dier gesetzt! Ich hab... Ich hab... Ich hab noch etwas! Im Wandschrank ist einer! Oh! Schade! Ja! Das kommt davon, wenn Knüppel halt so auf Track spielt! Weißt du? Das ist das Problem! Genau! Du musst auch ein bisschen auf die Zeit achten! Ja! Du standest da die ganze Zeit auf der Treppe und hast nichts gewartet bis seine Mates kommen! Richtig ehrenlos! Ohne Scheiß, Alter! Ohne Scheiß, Alter! Knüppel kann einfach nicht nach Regeln spielen! Ja! Das ist echt ein Problem, ja! Knüppel ist jetzt ein abgehobener Typ, ey! Ja... Ach... Komm, ich persönlich machen Terrorists an! Wir rushen alle rein! Knüppel ist... No Moment, ich muss nachladen! Ecken ablegen! Wenn wir Kids Bedroom machen, leg zwei Bärenfallen an die Fenster! Müssen wir den Raum gar nicht deffen! 242 Knüppel! Ach Gott... Time goes by So slowly So slowly Time goes by Mir hat am besten Kevin gefallen, wie er die mal Kugel gerusht hat Daniel, wirf mal hier ne Kamera rein in diesen Lampenschirm, die kannst du von außen nicht sehen und du siehst alles Wer hat jetzt nochmal genau gesagt das? Oh, what? Du musst sie rein So, ne? Genau, die kannst du jetzt von außen nicht sehen, aber du kannst rausgucken Das ist der Genie Schön, dass du Glitches gefunden hast und hoffentlich reportest Der Ort ist ja wohl da Der Revolver ist übrigens die perfekte Waffe um ein Loch zu machen What the fuck? Wenn ich ihn schieße, geht ihn über den Mund Nein, nein, nein Hallo Dalu, hallo Guten Tag, bin ich jetzt im Fernsehen Kann ich dir eigentlich gegen das Schild schießen Nein, nein Bist du sicher? Ja Ein ziemlich guter Schützenrevolver Das steht gut Das steht gut Oh Mario, Alter Keine Gnade Wie, what the fuck, Alter Ich wollte extra nicht hingehen, weil ich dachte da kommt eh niemand einfach rein Doch, doch, tut es Ja Jeder nur ein Ja Ich hab mein Klippel Nee, Klippel darf nicht Klippel darf Klippel darf Wir müssen eben Klippel töten Klippel, schließ dich Klippel an Ich sitz noch im Ich bin tot Ja Ohohohohohooh Das ist im w fog Ich bin tot Ich bin tot Kann man hier in den Schrank Kann man hier rein Warte, ich hole mein Schild eben Dann geht das Warte Kann man hier Da, wo ich primal gespottet werde. Sorry, Knüppel. Guck, da hab ich durch die Wand geschossen. Da ist der Einschussloch. Alter, der bringt alle oben. Ich rette uns. Das war da mit Knüppel, dass du das Gefühl hast. Aber was denken jetzt die Gegner? Hast du mir meine Rache genommen, Daniel? Quatsch, Alter. Das war Kill Connect. Kill Connect? Das kann nicht so sein. Wo sind die denn, Mensch? Ich glaub, die kommen gleich rein. Möchte bitte, dass sich einer an meinen MG dransetzt und dann wirklich nur in diesen Gang da reinzieht. Wo ist das Problem? Das steht da so schön. Dann bleib ich hier bei... Ey, wo sind die denn, Mann? Ah, Treppe kommt. Da, eine Treppe, oben. Jetzt aber. Oh, da hat er mich. Jungs, vorsicht die Treppe! Die richtige Treppe? Ja, da ist so eine Bandeltreppe. Ja, ich markier den. Ja, genau so eine Zick-Zack-Treppe. Ein Team wird er nicht bekommen. Wir brauchen noch einen Geheimgang. Einen, den keiner sieht. Er ist mega geheim. Ist gut. Time goes by. So slow. Dein Fuß guckt raus. Oh, oh, oh. Unter euch. Die große Treppe werden die kommen. Warte, ich mach safe. Geht ihr jetzt einfach mal in MG da ran? David, komm schon. Wo ist denn das MG? Beim Trainingsrum da. Schnell, 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 David, schnell. Sonst kommt der hoch. Einer kommt hoch, einer kommt hoch. Ah, der ist da. Jetzt schnell. Renn durch, David. Jetzt brauchst du nicht mehr in Lauf. Einer kommt die Treppe rechts von dir hoch. Na da du, der ist die ganze Zeit markiert. Oh, beide sind markiert. David. Ich hab Angst. Der ist in der Küche zurück. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Geh bei der kleinen Treppe, bei der kleinen Treppe unten. Der ist im Bildraum jetzt. Da ist er. Der FG an das MG. Was ist denn der? Oh. Das war nicht unbedingt gewollt. Oh. Das war nicht unbedingt gewollt. Ich wollte eigentlich zum MG laufen. Was ist denn der? Da. Beim Trainingsraum. Total müsterfällig. Das ist aber kein Trainingsraum. Das ist alles anders. Beim Trainingsraum. Beim Trainingsraum. Nicht im Trainingsraum. Das ist aber kein Trainingsraum. Der Trainingsraum ist unten im Keller. Nein, da unten im Trainingsraum. Das sind mehrere. Ja, der wird gerade umgebaut. Das wäre der Trainingsraum. Ach so. Entschuldigung. Ich hab den Blueprint beim letzten Mal nicht angeguckt. Ja. Hättest du mal lieber gemacht, ne? Sabe eine Stopp. Stopp. Das wäre schon wieder klar. Das war Rakeman vorher gedruckt. Noch mal. Komm. David. Nimm mal Twitch schnell. Oh. Ich hab schon Thatcher. Ich weiß übrigens nicht mit welcher Waffe und so, ne? Ja. Wollen wir die in den Mist. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich übrigens. Ja. Die haben ja mal oben gewonnen. Jetzt müssen sie unten sein. Garantiert. Wenn die Bilder drauf nehmen, verleg ich den Verstand. Mal schauen, ob es einen an sich anfliegen kann und einen wen der noch steht mit dem Hammer erschlagt. Oh. Das ist eine gute Idee. Wir spielen immer nur Bomben. Da kommen welche uns entgegen hin. Da kommen welche uns entgegen hin. In den Drogen fahren die raus. Ja. Ja. B-b-biohazard. B-biohazard. B-biohazard. Ich verstehe immer noch nicht warum die nicht einfach das ganze Haus in die Luft jagen. Ganz ehrlich. Komm. Das ist bisschen Giftgas. Äh. Ja, David. Genau. Das ist der gleiche Grund warum die Geiseln immer umgebracht werden bei Geiselrettung. Ja. Wie eine Geisel da. Ja, richtig. War doch kein Unterschied mehr. Ja, ich mein. Der würde sowieso jemand sterben in 50 Jahren oder so. Richtig. Ich erinnere dich übrigens dann, wenn du das erst mal krank auslegst. Ja. Komm, pull the plug. Kein Problem. Weg. Die rechte Seite ist komplett offen. Geh mal kurz in meine Kamera. Geh mal in meine Kamera rein. Wenn einer steht, schieß mal. Okay. Schau mal. Schau mal. Warte, ich mach's mal ganz kurz, Jungs. Äh. Wo ist denn dein? Warte, ich mach'n Luftlauf. Direkt am K steht ein. Irgendwie. Wie kann ich denn hier? Da ist niemand. Hä? Ich kann in deine Kameras? Achso. Achso. Ich kack'n ab, Alter. Den kack'n ab, Alter. Au. 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 Die aim'n ab. Richtig gut. Das ist wie hack'n, Alter. M870. Die Schrotflint vom, vom Bandit. Prüf mal hier. Du musst links gucken, Daniel. Links. In dem Durchgang. Ja, ja. Kannst du mal da mal gegenkloppen mit dem Hammer? Ich, ich klopp' hier die ganze Zeit gegen. Sieht schon besser aus. Ich hab' noch 1 HP, Leute. Ja, ich mein' das Siegste wird... Oh Gott. Schön. So hat das auch noch keiner gesehen. So hat das auch noch keiner gesehen. Wer ist da weg? Komm, weißt du was? Nein. Hallo, böse. Ich wollte grad sagen, ich schmeiß' Smoke ein und würde fusen, aber... Komm, hier, meine Güte, ich muss ja mal hier gegenhauen. Was sind die denn? Ach, du hast ne Kamera. Der ist bestimmt close links hier. Ohne Scheiß. Kann ich mich knüppeln? Danke. Einen hab' ich doch da schon getötet. Der ist links hier. Da ist ein böses Device. Das macht die Granaten kaputt. Ja. Hörst du bitte auf, um mich zu hauen? Ich hab' nur die Reflexe am Knie getestet. Ach so, das waren aber mehr meine Hoden. Just saying. Komm, mach einen jetzt hier. Ich komm wieder her, hier. Alle rein. Achtung, jetzt kommt einer durch die Tür. Das gibt eine schöne Granate. Ey, was soll die Kacke. Das war... Alles wein genommen. Du musst doch mit dem Hammer einholen. Hey Jungs, ich mach das. Warte an. Mit ner Hammer? Wurscht. Nein. Ach so, wir haben ja die Zone eingenommen. Ach so. Er sitzt hier. Okay, ich hab das Ding im Griff. Habt ihr gesehen? Ich mag die Brauchwolken. Sieht ein bisschen aus wie Cumuluswolken. Wisst ihr was Cumuluswolken sind? Das sind Wolken, die schweben im Himmel. So wie jede andere Wolke auch. Großartig David. You're welcome. Ich spiel mal mit der Schrotflinte. Denk dran, wenn Knüppel Takanka spielt, dürf ihr ihnen einen Free Headshot geben am Anfang gewonnen. Komm, wir müssen jetzt mal die Frosten anlegen. Komm schon, die springen da rein, Knüppel. Das weißt du ganz genau. Ja, Knüppel, die ganze Zeit, du musst Frost spielen. Ja, ohne Scheiß. Ey, ohne Scheiß. Du bist Frost. Du bist Frost. Du bist Frost. Du bist Deutschland. Ne, ist doch Kanadierin. Oh. Inuit. Inuit. Ja, Kanada, Inuit. Das ist ein Unterschied. Also wenn ein Mann und ein Inuit sich lieben, dann gibt's Frost. Nae, denkst du die Kameras fallen auf? Oh. Oh. Mach mal einen Smiley rein. Auf gar keinen Fall. Warte, lass uns doch Schlitti hinstellen. Warte, warte, ich markiere es noch. Ich wollte das sagen. Wir müssen das besser sagen. Wenn da einer reinkommt, unterm Türrahmen steht, ist einer zünd. An dir hast du die Inklusion? Nee. Die anderen gehen auf jeden Fall hoch, aber an dir nicht. Aber es müsste reichen. Weißt du, was richtig cool wäre, wenn man die Dinger fernzünden könnte? Äh, ich meine, wenn die so eine Annäherungszense hätten. Ja, so ein Fernzünder für das die Fehler, dann wäre schon was. Das wäre geil. Vielleicht so ein kleines Handy oder so. So ein Burner-Handy. Boah, das wäre cool. Das würde eine gute Idee. Das würde gut zum Terroristen passen. Wo sind die denn? Nein, Gott, warum sind wir keine Spiele entwickelt? Lass mal ein bisschen Rauch machen hier. Ah, Alter! Aua! Ich sterbe! 55 HP nur noch. Ich hab 40. Okay, die sagen jetzt die Luftgejagd. Entschuldigung, konnte ja keiner wissen, dass sie da im Rauch steht. Wir standen direkt da drunter. Hätten wir lieber was zu machen. Also es würde funktionieren. Oh, über uns. Echt? Ah, an dem Fenster. Guck mal jetzt, pass auf. Oh ja, krass. Hat nicht geklappt. Er war grad am Fenster gewesen. Sag mal Bescheid, wenn der am Fenster ist. Äh, ja jetzt. Upsi. Da sind wir nicht letztes Mal irgendwie durch den Keller gekommen, wollte ich grad sagen. Oh, da ist ja grad Knüppel, ne? Hallo? Nein. Nein. Ich wollte mich grad erschrecken. Schöner Kill. Dankeschön. Ich dekoriere übrigens das Kinderzimmer neu. Guck mal. Watch, watch this, watch this. Geworked, Kevin? Nicht das nicht. Wieder für dich, Kevin. Was? Hä? Aha. Am Fenster war einer. Hä? Für meinen Eingang nicht! Hä? 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 Hängt der von oben oder so? Ja. Okay. Keine Ahnung, wenn auch gekillt wurde. Hm. Und hallo? Sind deine Kameras gut platziert? ich wollte gerade springen übrigens aber das geht ja hier nicht hallo hörst du wie ich springe? hörst du das? ich höre aber wie jemand eine taste hämmert wo sind die denn? das ist echt gammelig ohne scheiß ich glaube hier bei mir vor dem fenster da oder schon die ganze zeit hin und her kannst du meine kamera mal auf und rauswerfen? warte warte geht das? bitteschön wow ist gerade beide? irgendwo ist was gefuckt gegangen oh irgendwo sind sie reingekommen einer war auf jeden fall gerade hier am lamellenfenster weiß nicht wie er das nennt bei lameda hör auf mich anzugucken jetzt oh der knüppel wird die ganze zeit unten rumgelacht wo sind sie wo sind sie wo sind sie wo sind sie guck mal der schlicht ne knüppel der hartstrahl bei der kranker sache wusste ich schon dass irgendwas bei nicht stimmt den hab ich nie genommen ich wollte den mal nehmen komm wir nehmen jetzt alle den krut kommen diese krut kommen die schuld mit schild und dann alle türen mit den schilden ne nehm ich nicht doch mit dem mg wo ist denn das schild bei? äh beim zweiten bei fbi spot vielen dank ah ja da ist ballistic shield das ist gut und die granaten smoke und normale granaten ja und dann einfach in den capture raum alles zusauken und die twin ja das machen wir ohne scheiß das ist großartig oh ich muss kurz vor dem laudo machen oh god oh god wie das aussieht zum regenboot ich bin rickrot grün und wenn wir beide wenn wir alle zusammen halten dann kommen captain planet und die erde ja das ist ziemlich gay das stimmt ist für mich ist Captain Purpur mhm wir haben Captain Purpur, Captain Limette, Captain Zitrone, Grünsche ja und Meeresbrise das bin ich sind schon wieder oben Meeresbrise achso ich glaube da aber erzählst du jemanden ok alles klar oben machst du das Bedroom alle durchs große Fenster reiten wollen wir nochmal Terroristun machen? ne dafür immer die falsche Ausrüstung einfach alle oben vorm großen Fenster sagen und dann gleichzeitig rein ja das ist nur so Römer statt oder lass uns doch einfach mal alle vor das vordere Fenster beim Haupteingang an das Fenster die Lamenten darstellen ja da können wir uns auch entschulden ohje ich hab echt noch nicht oft ein Schild gespielt für den Rassau wieso habt ihr denn alle ein Schild? oh wir nehmen alle FBI SWAT bei dir ein Schild wo warst du? wo warst du? Knüppel was ist falsch mit dir? verdammt ey Knüppel darf alleine vorgehen komm Knüppel gib mal alleine vor Knüppel Knüppel spielt alleine wir gucken am Fenster das ist aber unfair ja am Fenster kommt es nicht herauf wo ist denn die Lametta? ich bin dann bei der Aggressivknüppel weil doch gerade Daniel links ist offen Daniel ich kann euch sagen da drüben ist einer ich weiß nicht mal wie man ein Schild richtig spielt alter muss ich mich bücken um mir sicher zu sein? wow von wo? von hinten so er hat richtig gefickt ja bei deinem Fenster und er springt da war er Knüppel lenkt die gut ab tut mir leid das wollte ich nicht oh ich bin down fuck shit boys war der falsche Raum aber ist egal egal der Raum ist safe erstmal muss ich was Piggy machen gehen wo ist denn? wo? wo geht es hier lang? ich glaube ich bin an einem vorbeigelaufen wo ist denn der Smoke drin? safe? ich sehe es nicht oh jetzt ups das war fast gut nein aua der nackt wirklich in dem Raum werft die Granate? er kann nicht abhauen er kann nicht abhauen time die ich habe keine Krankheiten mehr wo ist er denn in dem Raum da drin oder was? aber in dem Badezimmer war er ach nein das ist so ne Drecksklasse mit der Kamera im Spiel mega ätzend wer hat verkackt von uns? Knüppel hatte keins ja natürlich Knüppel natürlich das hat alles geändert ich dachte wir spielen grad hey Knüppel das spielt ihr jeden Tag nein stimmt gar nicht ich hab dich lieb das weißt du doch komm wir tauschen mal Rollen so guck mal ich spiel Puls oder so gut dann spiel ich mal Küre ich hab halt kaum Klasse ist das Problem ich spiel ne was spiel ich denn ich spiel mal Doc du musst mehr spielen Mario ich spiel mal Doc ich spiel Doc und wenn der Gegner down ist belebst du ihn wieder geht das? ja echt? boah das ist ja mega fies das heißt wir können jemanden reinrennen lassen einfach in den Raum mitten in die Mitte und dann kannst du ihn da wieder beleben und dann lege ich ne Bärenpfeil drunter und dann hebst du ihn auf und wenn das funktioniert und wenn das funktioniert das wird ziemlich göttlich und das glaube ich das asozialste was ich jemals erlebt habe in einem Spiel ich hab auf mich du 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 achso ich wollte grad übrigens du wollte grad Matten legen also Christmussräder das ist ziemlich wunderschöp hoho ho 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 das ist ziemlich frisch für mich zugeben Er hat mein letztes Spiel kaputt gemacht. Entschuldigung, tut mir leid, das war eben drüber gelaufen. Achtung, geh mal von der Wand weg kurz. Achtung, Kippe. Letztes Mal kam links einer, da hab ich einen weggeholt. Bleib hier liegen. Mein Team, findet mich einer? Ich glaub, hier kommt keiner. Vielleicht müssen wir länger warten. Ich wünsche, ich könnte meinen Oberkörper nur bewegen. Du hast aber einen verdammt sexy Oberkörper. Danke. Wieso ist eigentlich die Dusche an? Wieso sind da Einschusslöcher in der Dusche? Warte, ich helf dir. Ich bin tot. Au, aua, aua. Da lebst du noch, Kippe. Ja, okay. Oh, was ist das? Hallo, das ist mein Spielfenster. Es ist voll kalt hier drin. Ja, das Holz hilft bestimmt die Holzlametten. Was? Was? Irgendwo auf dem Klo ist irgendwo eine Scheißdrohne. Oh, Entschuldigung. Was soll ich denn sagen? What the fuck. Guck mal durch das Loch bitte. Das ist was du eben gerade in den Boden geschossen hast. Hinter dir. Oh Gott, da ist irgendwo ein Sniper draußen. Oh, ich klicke genau da runter. Ich hab dich wirklich gesehen. Daniel, Daniel, auf dem Sniper Stand, komm, geh mal hin, knife den. Sag dir mal hallo. Wie soll ich den denn knifeen? Soll ich noch hochklettern? Ja, 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 und dann sagen wir, komm, wir geben Sperrfeuer in der Zeit. Ich hab da ein am Fenster gesehen. Gib mal Sperrfeuer. What the? Oh mein Gott, das ist so preis der herklingt, ne? Ja genau, machst du den kaputt, Briegel. Oh, jetzt ist es easiest, geht auf your life. Oh Gott. Hast du an mich geschossen? Nein, ich helf dir von hinten, Mann. Siehst du das nicht? Aber ich hab keine Ahnung, wie die Kugeln fliegen. Na ja, das mit der Indigen ist echt ein bisschen tricky. Aber ich mach jetzt erstmal hier zu, das ist mir jetzt so unsicher. Ich bin schwul, Mario. Ich bin auch gesehen. Ich bin zu sehr so nach dem Vego-Maut in deinem Prinzip. Von wegen, nur weil da ein Balkon ist, wo Sniper draufgehen sollen, heißt das lange nicht, dass man da mit dem Sniper draufgehen muss. Richtig, man kann auch mit Schild draufgehen. Wir müssen einfach mal irgendwie so ein bisschen mit Abwechslung reinlegen. Ich hab noch 5 Schuss fällt mir gerade auf, ich hab zu viel rumgeballert. Tut mir leid übrigens, Dani, dass ich dich angeschossen hab, das war wirklich keine Absicht. Du hast mich angeschossen? Ich glaube schon. Ich hab durch die Wand gesprayt. Irgendwas hab ich getroffen. Ich hab auch Knüppel eben nicht gesehen. Den hab ich aus Versehen durch den Boden geschossen. Schau mir nicht mal was Lustiges... Dani, jetzt renne mal nach raus, Alter. Lass dich spotten. Oh, er ist im Badezimmer. Das ist nur noch einer. Im Badezimmer. Im Badezimmer, im Badezimmer. Ja, im Badezimmer. Der hat dich gerade angeguckt. Durchs Loch, oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Badezimmer ist. Ist er nicht? Er renkt raus. Ich wollte, dass er nicht mal was Lustiges macht. Nur auf der Seite im Badezimmer. Heieiei. Das ist eine wunderschöne Runde. Ich glaube, ist schon wieder vorbei. Ja, ist schon wieder vorbei. Wenn ich jetzt rübergehe in Seaspeak und frage, welchen Badezimmer jetzt wollen. Will ich dir mal mitkommen? Wir müssen jetzt eine Map aussuchen. Achso, wir machen jetzt eine Map. Stimmt, ja. Der Border. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Oh, das Flugzeug. Oh mein Gott. Oh, die Knife und Rhinos. Die Knife und Rhinos, die wir da machen können. Das ist so geil, Mann. Oh, wow. Mmg. Oh, wow. Oh, wow. Oh, hmm. Oh, 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 oh. Possent dich rein. So timely. Oh, hey. Oh, ich sage die Z env slang Charlie beaucoup. Vielen Dank.